Hallo Leute, willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr hier seht, habe ich ja hier mehrere Häuser gebaut und ich möchte jetzt einmal unter diesen ganzen Häusern einen Tunnel bauen. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt direkt mal damit und schauen, wie ich das jetzt hier genau machen werde. Ich würde sagen, ich beginne von da hinten und dann werde ich von dort hinten, sind die alle... Ja, ich würde sagen, ich beginne von hier hinten und baue dann ab, ich würde sagen, hier den Tunnel oder so. Mal schauen, ich baue das jetzt hier alles mal ab. Ich schaue jetzt mal, ob das so ist, wie ich mir das vorstelle mit der Breite und alles. Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Ja, das mache ich hier. Okay. Ich baue dann hier erstmal alles ab. Damit ich hier reinkomme. Ich würde sagen, ich baue erstmal hier eine Etappe und dann weiter. Später, also breiter und so. Ich mache erstmal so weiter. Fackeln habe ich auch noch vier. Ich habe, finde keine mehr. Keine Ahnung, ich habe nur die. Und dann werde ich da immer, ähm, die platzieren. Das sehe ich halt nichts. Ich würde sagen, hier kommt schon mal die erste hin. So. Hier hole ich dann gleich wieder, wenn ich keine mehr habe. Oh, hier ist ein, hier ist offen. Okay. So, der Vorteil ist natürlich auch, jetzt sammle ich ganz viele Blöcke ein. Dann kann ich auch nachher weiter bauen in den Häusern. Hä? Ist hier offen? Warum ist hier offen? Habe ich hier das nicht eingebaut? Okay. Ah, hier habe ich, okay, dann sollte ich das vielleicht hier mal wieder zubauen. Dann mache ich das mal zu. Erstmal die Blumen hier wegtun. Und dann baue ich hier, ähm, einmal das zu wieder. Ich mache das eben. So. Wird das auch gut aussieht. Ich weiß, ich will die ganze Insel irgendwie so eben machen, dass das alles so, halt schön aussieht. Und ja, ich würde sagen, das versuche ich halt dann irgendwann anders mal zu machen. Aber jetzt werde ich erstmal hier alles abbauen. Und dann versuchen, weiter zu kommen in meinem Tunnelbau. Okay, jetzt hier schon wieder offen. Muss ich hier einmal zumachen? Hä? Okay. Anscheinend sollte ich dann generell tiefer. Hm. Ich würde sagen, ich baue dann nochmal von vorne los und baue dann tiefer generell. Ja. Gehe ich nochmal kurz zurück. So, und baue direkt hier tiefer. So. Der Abbau dauert halt hier nur ewig, weil ich habe kein anderes Werkzeug. Vielleicht geht das mit ihm schneller. Mal gucken. Hm. Ja, dauert jetzt ewig. Besser dich das doch nicht machen. Das hat ja wirklich furchtbar lange. Ich glaube, ich gehe doch lieber nochmal nach vorne und baue einfach jetzt nochmal weiter, dann schon was passiert. Ähm, ja. Mal gucken. Ich braue jetzt einfach mal weiter. Ich kann das ja dann irgendwie oben zumachen. Mal schauen. Oh oh. Hm. Das habe ich mir irgendwie leichter vorgestellt. Hm. Hm. Ich glaube, jetzt gehe ich jetzt hier mal raus. Und wo bin ich eigentlich jetzt? Ich bin jetzt hier mitten im Haus. Nee, das ist nicht gut. Ich muss es tiefer machen. Das geht sonst nicht. Nee. Das ist nicht gut. Es muss tiefer. Eins tiefer. Aber es geht halt so schlecht, weil das halt so schwierig ist abzubauen. Deswegen weiß ich nicht. Kann man nicht irgendwie auch mehr... Ich würde sagen, ich baue mal hier ab, wo es einfach ist. Kann man nicht irgendwie ein anderes Werkzeug besorgen, dass das irgendwie schneller geht? Ich weiß nicht, wie man das macht. Muss man das bezahlen oder... Keine Ahnung. Ich baue einfach jetzt nochmal hier weiter ab. Oh. Nein. Wo bin ich denn jetzt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo war das denn jetzt? Ich muss gehen nochmal kurz zu meinem Haus und dann schaue ich mal, was da ist genau, wo ich jetzt hingeflogen bin. So, einmal zurück. Ich werde dann versuchen, gleich mir etwas anderes zu besorgen. Und dann geht der Tunnel auch schneller mit dem Bau. So, wo war das? Das war hier drin irgendwo. So. Ich glaube hier in die Richtung. Ne, hier nicht. Vielleicht zurück. Ich gehe mal zurück. Vielleicht war da irgendwas. Wo halt dieses... Wo ich da so reingefallen bin. Oh. Okay. Ich werde das mal zumachen direkt. Geh mal wieder zurück. So. Okay. Also. Hier, wenn ich jetzt hier reingehe, bin ich jetzt hier durchgeflogen. Okay. Das sehe ich jetzt schon mal. Dann muss ich das auf jeden Fall hier zumachen. Das ist klar. So. Und dann werde ich jetzt irgendwie schauen, dass ich das halt jetzt hier alles irgendwie abbaue. Aber halt mit dem anderen Werkzeug. Und das muss ich besorgen. Deswegen werde ich als erstes jetzt weitermachen mit dem Bau von, ähm, von den Häusern. Ja. Ich glaube so. So geht es erstmal weiter. Als erstes muss ich jetzt jetzt mal wieder Materialien abbauen. Und dann mal schauen. Okay. Ich glaube das reicht, dass wir mit dem abbauen. Ja Leute, ich glaube ich beendet das Video auch und ich hoffe euch hat das Video gefallen und tschau. gab es doch nicht точно. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. på parking.